Hi zusammen, habe gerade so ein Gefühl, drücke mal bitte mein Video auf Pause und schalte das Radio an. Das Lied, das gerade läuft, ist eine Musikbotschaft für dich. Dies ist eine Sonderlegung für Sternzeichen Schütze für November 2022. Liebes Universum, bitte gib mir Botschaften, was auf die Schützen im November 2022 zukommt. Dies ist eine allgemeine Legung. Bitte denkt daran, dass es sein kann, dass ihr nicht vollständig in Resonanz geht. Als Hauptthema liegt der Schutzengel. Wünsche werden angezeigt und erlangen durch ihn Erfüllung. In der großen Liebe bringt der Schutzengel Wunscherfüllung. Die Rotzehn ist die beste Karte im Deck. Alles wird möglich. Und dir eine Glücksträhne. Lieber Schütze, die weiteren Tendenzen Eine Glücksträhne in einer Beziehung Die Rot 6 ist auch die Ehestandskarte Plötzlich Alles Liebe, eure Sonny Mäu Um...